herzlich willkommen zu einer neuen folge unserer serie wir testen die besten geld manifestationsmethoden heute mal wieder mit dabei die reizende susanna belloni herzlich willkommen susanna danke martin ich freue mich auch riesig ja auf unserem gang zu den besten methoden die wir immer sieben tage testen sind wir dieses mal auf die methode von ronda burns gestoßen die sich nennt fake it until you make it susanna er kann doch mal kurz was es für dich bedeutet faken bis zu making ja also ich erkläre also ich erkläre mal kurz woher ich das habe und zwar das ist jetzt nicht eine methodik die irgendwo so niedergeschrieben ist sondern ich habe den wie die wirklich den tipps von ronda burns entnommen ronda burns war sehr lange nicht mehr in der öffentlichkeit seit einem jahr ist sie aber wieder unterwegs und gibt interviews beantwortet auch leser fragen und ähnliches und sie sagt eigentlich immer das gleiche nämlich tu so als ob du es schon hast und damit gehst du direkt auf dein ziel zu damit manifestierst du es und das ganze nennt sich fake it until you make it also tu so als ob bis du es geschafft hast und da gibt es immer dieses riesige missverständnis dass wir äußerlich so tun müssen als ob also als ob wir anderen etwas vormachen müssen oder die anschwinden oder täuschen oder tarnen oder was auch immer dabei geht es genau ums umgekehrte wir müssen uns so fühlen als ob wir schon erreicht haben das heißt dass die kunst ist immer wieder dieses gefühl zu finden wie fühle ich mich reich wie fühle ich mich mit einer million auf meinem konto oder was auch immer du dir wünschst gerade wenn es ums thema geld geht und da sind alle tricks erlaubt es geht aber wirklich darum sich selbst treu und authentisch zu bleiben und einfach nur zu sehen was macht es mit mir wenn ich mit diesem gefühl im alltag unterwegs bin und also die anleitung ist eigentlich eine sehr emotionale versuch dieses gefühl einzufangen du so als ob du reich wärst ja und und schau mal wie du anders handelst wie die leute anders begegnen was denn so passiert ja da war natürlich unsere kreativität gefragt und martin ich sehe schon du hast ein paar props du hast dir ein paar sachen einfallen lassen um dieses gefühl für dich einzufangen ja genau also wie es schon gesagt dass es geht darum mit den emotionen dort zu sein wo man ein kind will sprich ich stelle mir das dann immer so vor dass ich schon in meiner traumwelt in meiner idealen zukunft ich befinde und wer mal mir dann dadurch mal mit aus damit wie ich mich dazu verhalten habe wie ich da so wirke auf die anderen auch wie ich mich fühle natürlich und ja was was ich da was für mich ein teil dazu also was für mich ein teil dabei ist ist dass ich mich als sieger fühle und ich habe mir einfach ohne ziehe sonst zigarre für mich bedeutet siegen also ich habe eine friedenspfeife auch man braucht im frieden zu sein mit sich selbst oder ich habe mir gesagt wenn ich mich reich fühle dann darf ich auch aus schönen gläsern trinken also trinke ich habe ich habe letzte woche also die sieben tage lang mein wasser meistens aus kristallgläsern getrunken und ja alles was dazugehört dass ich war auch unterwegs in schlossgärten in possenhofen da wo die sissi die die kaiserin von österreich geboren ist da war ich oder auch in nymphenburg in münchen also immer immer in solchen ich habe mir immer diese umstände geschaffen damit ich mich schon in diesem ziel fühle in diesem in diesem traum in diesen in meiner zukunft die wirklich auch mit mir diesen kompletten reichtum darstellt und ja was habe ich sonst noch gemacht ich glaube das das war es einfach schon weil weil es einfach wichtig ist dass ich mich wohlfühle und ich habe mich auch entsprechend angezogen und so also alles was dazugehört eigentlich was 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 mich was mich dazu bringt auch entsprechend anders zu agieren und nicht mehr so in diese alten muster zurück zu rutschen wie hast du es denn gemacht zusammen ja also ich habe versucht mich sehr viel zu konzentrieren immer wieder und dieses gefühl des überflusses dieses geben wollen dieses ausgeben wollen zu finden und auch diese freude an der an der fülle und das habe ich eigentlich nur mental macht beziehungsweise habe ich einfach nur konzentriert immer wieder da reinzukommen und habe mir dann auch überlegt ja wie würde ich mich dann kleiden und das krasse war bei mir gegenteilig als bei dir ich habe gerade nicht den luxus gesucht sondern ich habe mir gedacht hey wenn ich millionär bin dann ziehe ich an was ich will und ich gehe jetzt mit der jogginghose mit den hunden spazieren also es ist witzig aber das war wirklich dieses hey ich weiß doch wer ich bin und ich habe das für mich so auch gemacht dass ich mir da so zwei mentale tricks zurecht gelegt habe der eine war so wie ein geheimnis mit sich zu tragen in wirklichkeit bin ich ja millionär nur keiner weiß es ja so ein bisschen rumpelstilz mäßig ach wie gut dass keiner weiß und das zweite war auch dass ich mir natürlich das versucht habe vorzustellen wie fühlt sich das an als als reicher mensch und ich liebe ja gunther sachs also werde nicht kennt ein millionen erbe aus dem hause opel war sehr bekannt als playboy und lebemann aber auch sehr erfolgreich als geschäftsmann mit brigitte bardot sogar verheiratet und den mag ich total gern und da habe ich versucht mich zu fühlen als ob ich eher wäre ja wie würde ich wie würde ich handeln ich wäre viel entspannter großzügiger gesagt kommt drauf ich mache was ich lust habe und nicht was die anderen wollen oder sagen also so richtig mächtig selbstbestimmt und kreativ und das hat für mich eigentlich gut funktioniert so also die die krücken habe ich gebraucht was ich nicht gebraucht habe war irgendetwas äußerliches komischerweise das hat mir nichts bedeutet das ist ja auch das das geniale wenn du sagst du hast jeder hat seine eigene herangehensweise und wie schon anfangs gesagt dass die kreativität darf man komplett erwalten lassen dass es für mich auch darum ging ja nicht dieses ganze noch anzuziehen was ich äußerlich noch braucht sondern mir sagt schon sagt eigentlich habe ich eigentlich schon alles und ich kann das schon machen was ich will mir geht es eigentlich nur darum mich frei zu fühlen und und mich zu auszudrücken so wie ich will das ist das ist so meine das war meine herangehensweise wo ich gesagt okay eigentlich ich brauche keine neuen anti sachen ich brauche nichts keine neuen einrichtungsgegenstände alles ist schon da das ist mir auch so gegangen ich hatte das gefühl ich habe doch alles ja was was muss ich da jetzt groß machen und das fand ich toll also mir geht es gut mit dem also habe eine tolle woche obwohl am anfang dachte ich ja ich würde viel mehr ich weiß nicht so kontoauszüge so fälschen und andere zahlen hinschreiben oder irgend so was was die ronda burns eben als tipp gegeben hat aber habe ich überhaupt nicht gebraucht ich habe lustigerweise dann begonnen in gedanken mir zu überlegen was ich mir alles kaufen möchte mit meinem geld und bin das sehr vernünftig geblieben also ich würde das nicht verprassen sondern ich würde mir überlegen welches auto gefällt mir am aller allerbesten ja wo fühle ich mich am wohlsten und das muss nicht unbedingt jetzt ich weiß nicht ein porsche oder lamborghini oder was weiß ich sein ich hätte vielleicht lieber einen fiat 500l ja der ist mein geschmack da fühle ich mich wohl aber ich habe die freiheit zu sein wer ich möchte ohne irgendjemandem das beweisen zu müssen und das hat mir so gut gefallen an dieser technik also ich habe einfach bemerkt dass ich jetzt dass das geld gar nicht mehr so beobachtet habe weißt du was ich meine ich hatte nicht den fokus am außen am geld wo kommt es wo geht es hin sondern das war irgendwie alles so ja ist doch läuft doch läuft doch alles toll und was aber wir haben auch uns ganz tolle kommentare manifestiert nicht wahr absolut kann man so sagen ja also ich weiß ich glaube das war zum thema 4x4 technik da hat einer geschrieben er hat sich 4,5 millionen manifestiert mit dieser technik unglaublich das müssen wir noch nachprüfen ob das stimmt wahnsinn 4,5 millionen es kommt noch beim test aber er sagt dass es nicht so sein nächste stufe sind 200 millionen also es scheint irgendwie zu klappen die frage ist nur welcher wer uns ist schauen wir noch mal und vielleicht beteiligt er uns ja auch für den tollen tipp mit zehn prozent und dann hat es auch wieder für uns funktioniert genau und als kleiner tipp noch es ist ganz wichtig dass wir auch präzise sind wenn wir sagen welches welche währung wir uns manifestieren weil wir sagen 200 millionen dann kann es ja sein dass das universum 200 millionen lira schickt oder muscheln oder genau oder schuppen aber das ist richtig ja also alles in einem eine tolle technik ich muss aber ganz ehrlich sagen ich habe ein bisschen das mentaltraining vermisst oder dieses tun auch ja also das habe ich dann doch immer wieder beibehalten also die 4x4 technik hin und wieder gemacht oder auch meinen dankes brief aus der zukunft immer wieder gelesen oder ich glaube ich habe ihn vorher noch mal neu geschrieben also man hat so das gefühl man möchte auch irgendetwas tun bzw seinen geist noch zusätzlich trainieren abgesehen von dieser methode aber genauso wie bei bob proctor also echt tolle fühlbare ergebnisse für mich auch wenn jetzt die umsetzung schwieriger ist aber ich glaube das ist auch das große aha moment dass wir lernen unsere gefühle zu kontrollieren und bewusst zu steuern denn das geht nämlich ja ich hatte noch einen buchtipp da geht es darum auch noch mal sich selbst zu wahrzunehmen und zu schauen was man mit welcher persönlichkeit man in die zukunft gehen will wie man sich dann selbst weiterbilden will und das buch nennt sich die kunst der schauspiel die schule der schauspiel kunst ich lese nämlich auch auf englisch das deutsche version hier ist über stella adler geschrieben das ist eine der renommiertesten bekanntesten schauspiellehrer in hollywood unter anderem hat sie auch mal um brando trainiert und da geht es um ihre ja um zehn oder zwölf lektionen aus direkt aus ihrer aus ihrer schauspiellehre und wer sich das mal anschauen will denke ich sehr empfehlenswert für jeder ich denke auch ich denke auch dass das ein perfekter tipp ist denn wenn wir über dieses über dieses innerliche schauspiel also dieses so tun als ob ich ein millionär wäre oder dass sie sich so fühlen wenn ich damit manifestiere ist es ganz klar dass wir alle ein bisschen schauspielerei üben oder lernen sollten ja um das wirklich kontrolliert und bewusst zu machen ja und es ist ein perfektes mental training eigentlich in den lektionen wenn man sich die anschaut dann findet man eigentlich viele parallelen zu den größten lehrmeistern wie bob proctor und joe dispenser und und so weiter also das ist genial wie viele überschneidungen da sind das ist wirklich sehr amüsant und tolles stichwort martin dr joe dispenser denn der kommt nächste woche dran genau wir haben uns überlegt dass wir eine kombination aus verschiedenen seiner techniken kann bringen weil er eben so genial ist und so ja ein super typ und wen lieben und wir genieße wir alle davon schon in gewisser maßen profitiert haben also wollen wir euch da maximal viel davon weitergeben und ja das war das heißt es heißt dranbleiben es geht weiter mit unserer testserie also abonniere gerne unseren kanal gib uns ein gefällt mir wenn es dir gefallen hat und ja genau und wenn dir wenn dir zu dieser ronda burns methode noch etwas eingefallen ist wenn du da gewisse erfahrungen gemacht hast schreib es gerne in die kommentare wir würden uns freuen darüber zu erfahren und wir sehen uns nächste woche ich freue mich schon wieder ja also martin hat riesig spaß gemacht und ich freue mich auch wir werden immer besser und besser wie jeder andere jeder andere eigentlich ja Untertitelung. BR 2018